Was sind Algorithmen? Algorithmen sind eine Kette von Anweisungen, um etwas auszuführen. Und wie funktionieren sie? Die Schritte müssen andeutig und in einer Rahmenfolge sein, damit ein Algorithmus korrekt ist. Er kann im wahren Leben verwendet werden, wie zum Beispiel in einem Kochbuch. Bei einem Pizzarezept muss man alle Anweisungen Schritt für Schritt nach der Reihe ausführen. Wenn alles richtig gemacht wurde, hat man eine Pizza. Außerdem kann er auch am Laptop, Handy oder Tablet eingesetzt werden. Noch Fragen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017